einen wunderherzlichen guten abend menschen der gepflegten abend unterhaltung und willkommen zu diesem knorkström den wir liebevoll die backer kronen moment ich muss das eben ausmachen das macht mich wahnsinnig kennt ihr das gruppen die jetzt anfangen zu schreiben ihr seid die glorreichen menschen die es geschafft haben mich vom riser spielen abzuhalten ich weiß noch nicht ob ich euch danken soll aber hier bin ich und präsentiere euch jetzt das hier anstelle von dem hier das liegt allerdings in der konsola ich hoffe ihr hattet einen schönen montag und ein gutes wochenende und dinge oder so kekse vielleicht sollte aufhören um das essen zu reden das kriege ich hunger nein mir sagt das jetzt nix kilion und immer hallo kilion hallo sotjan barb geht es halt aktuell nicht so gut das ist sehr traurig wir haben ihr das falsche futter gegeben ich bin es ist also ich bin halt im wahrsten sinne des wortes was das angeht ein bisschen die normale version geschädigt und wusste halt leider erst zu spät wie das funktioniert mit dem futter okay interessant Ich bin, glaube ich, der erste Mensch, der sagen kann, dass er in Harvest Moon nicht auf die Reihe gekriegt hat. Deswegen gucken wir uns erstmal einen coolen Hintergrund an. Eigentlich will ich euch nur die Musik präsentieren. Das ist so cool. In-Game-Musik geht aus. Nein, geht sie nicht. Also nicht ganz. Nicht hundertprozentig. Aber wir müssen erst ins Spiel rein. Es tut mir leid, ich bin taub. Weil dieses Spiel hat einfach unglaublich wenig Musik, wie ihr euch erinnern könnt. Und deswegen... Okay, jetzt ist es ein bisschen over the top. Ja, schon. Rivers in the Desert. Ich hoffe, damit kriege ich euch. Ich muss es vor allen Dingen immer noch... Ah, ich probiere jetzt, es leiser zu machen. Einen Augenblick. Das müsste von der Lautstärke her passen, hoffe ich. Hallo, Hide. Hallo, Hide. So. Das nehmen wir abends, fällt mir gerade mal so auf. Komm, Hundi, es ist kalt draußen. Ich nehme dich mit. Wie geht es dir, Hide? Ich hoffe, dir geht es gut. So. Was für einen Tag haben wir eigentlich? Achte, okay. Oh, wir könnten... Oh, das ist sehr gut. Oh, wir können heute ein bisschen Geld machen. Oh, wie gut. Ruf das Pferd. Warum es auch immer von der falschen Seite kommt. Weil, meines Wissens nach, ist der... Egal. Egal, darum geht es gerade nicht. Das ist unsere Chance, heute Geld zu machen. Ich könnte dich die Kopfhörer absetzen. Sie funktionieren eh nicht mehr richtig. Also, ne, nächste Anschaffung sind neue Kopfhörer. Wunschliste, Momo. Ja, Wunsch... Ja. 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 Mache ich fertig. Also, ich wollte eine komplett neue Wunschnachtenliste machen. Weil vieles, was da auf der Liste... Also, ne, teils habe ich mir halt schon Zeug gekauft. Und es da noch nicht rausgenommen. Mal gucken. Auch wenn ich, ne, dank diesem Monat eindeutig nicht mehr viel für Wunschnachten machen werden können. Weil, ne? So. Ja, genau. Like the rivers in dry land The lost days, the lost hands Hello, Momo. Ne, hello, Sam. Hi, hallo. Mein Tag war heute... Mein Tag war heute... Wie war mein Tag heute? Ich habe von... Also, ich habe mir... Im wahrsten Sinne des Wortes... Ich habe die Kanne weg... So viel vorgenommen. So viel. Das geht schon aus der Kamera raus. So viel habe ich mir vorgenommen. Geschafft habe ich davon... Zwei Sachen. Nein, drei Sachen. Weil ich habe Sims gespielt. Das war auch eine Sache, die ich heute machen wollte. Ich habe Riser gespielt. Ich habe Wäsche gewaschen. Ja, ist gut. Ich habe Wäsche gewaschen. Das war das Einzige. Ich habe ein Glas kaputt gemacht. Wo ich gerade feststellen musste, dass aus irgendeinem Grund Scherben ans andere Ende meines Badezimmers gekommen sind. Die ich dann nachher noch auffingen darf. Und ich habe Riser gespielt. Und vielleicht brauche ich die Switch-Version auch noch, weil ich möchte noch mehr Riser spielen. Ich habe... Das muss ich euch erzählen. Ich habe aktuell... Nehmen wir, ich hoffe, dir geht es gut, Sam. Ich habe... Also, ne... Momentan das hier liegen. So, da jetzt die wenigsten wissen, was das ist, das sind die Abdeckung meiner Kabelkanäle. Warum habe ich die Abdeckung meiner Kabelkanäle an meinem PC liegen? Die habe ich nebenbei alle, ne... eigenhändig geschnitten und angebohrt. Ne, also mit Hilfe von Papa. Warum liegen die hier? Hier oben drüber steht der Gerät, der mir gibt Internet. Das klingt okay, denke ich. Also, ne, da oben steht der Receiver und da ich bei Uniti... Ihr wisst schon, bin, ähm, gibt mir das Teil halt auch Internet. Also habe ich hier ein 10 Meter HDMI-Kabel liegen. Die Playstation steht hier, da vorne so. Also, ne, da ist Receiver, da ist die Playstation. Sehr flauschig, habe ich mal gehört. Flausch, flausch. Ähm, naja, das HDMI-Kabel vom Receiver geht jetzt aktuell die halbe Zeit in die Playstation. Weil da hinten Riser spielen macht halt viel mehr Spaß, als die ganze Zeit hier zu sitzen. Es tut mir leid. Ich liebe euch. Ne, ich wäre auch gerne häufiger mit euch im Discord. Aber so häufig wie die letzten Tage habe ich meine Couch, glaube ich, schon seit einem Jahr nicht mehr benutzt. Und das Schlimme ist, ähm, das kann durchaus sein, dass ich mit irgendwas gegengekommen bin. Ähm, aber das Schlimme ist, dass ich sogar am Überlegen war, also ich bin noch nicht durch mit Riser, ich weiß nicht, wie weit ich bin, keine Ahnung. Chapter 3, Chapter 4, du hast ja keine Chapter-Anzeige mehr. Richtig, vielleicht bin ich das. Ja, nicht. Ähm, was wollte ich sagen? Ach so, ne, auch, ne, ich habe keine Ahnung, wie weit ich bin, aber ich bin jetzt innerlich schon am Überlegen, wie 12, 4. Äh, uff. Es gibt dieses coole T-Shirt, was ich so unglaublich gerne hätte, wo draufsteht, ähm, ähm, Everybody can be a 10, be a 11 oder so. Das hätte ich so sau gerne. Oder, äh, ähm, was wollte ich erzählen? Ach so, dass ich mir jetzt schon überlege, wie gut du das routen kannst, weil durch dieses Schnellreisesystem bist du ja immer relativ schnell überall dahin, wo du hin musst. Ne, nur du musst halt die Story relativ auswendig kennen. Das könnte halt. Hoppas, das Frühstückchen. Oh, 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 oh. No. Doch, eigentlich schon. Oh, jetzt hätte ich Bock auf Waffeln. Ach, das Schlimme ist, ich muss jetzt endlich mal meinen Salat machen, den ich schon, ne, ein paar Tage gekauft habe. Der bin nämlich langsam welk. Aber irgendwie, seitdem ich ihn gekauft habe, kommt immer was dazwischen. Also, im wahrsten Sinne des Wortes, es kommt irgendwie essenstechnisch immer was dazwischen. Ich habe den Doktor jeweils schon gesehen. Okay, ich habe Doktor Hardy jetzt erst kennengelernt. Wie gut. Ach, wie gesagt, Ryza macht mir aktuell so viel Spaß. Das ist, das darf es eigentlich echt keinem erzählen. Ja, ich weiß. Deswegen gibt es gleich, nachdem dieser Stream fertig ist, Palat mit Streifen. Ich habe mir extra Pute auf, äh, extra Pute geholt. Und morgen gibt es Dushi. Ohne Scheiß. Das Schlimme ist, ich habe jetzt Angst, dass es mir, dass es mir, äh, Eska und Logi kaputt macht. Also ich habe jetzt wirklich Angst, dass es mir Eska und Logi kaputt macht. Darauf freue ich mich halt. Aber ich weiß halt, dass du, ähm, da noch, ne, dieses ganze Zeitmanagement gedöhnt hast. Du musst bis dann und dann fertig sein. Ja, Sushi, Sushi kommt aber auch mit dem Preis, dass ich, dass ich, dass ich morgen mit shoppen muss. Da, da erwarte ich dann. Da ist auch wieder der Futterneid. Ja, ich bin mal gespannt. Wir haben jetzt seit März hier so ein, ähm, Sushi-Restaurant, was halt auch, äh, Dings anbietet. Hier mit Tablet bestellt, so wie man es in so einigen großen Läden halt kennt. Ähm, und ich wollte das halt unbedingt ausprobieren. Du bist halt, ne, du kriegst halt, also, ne, dadurch, dass es ja, dass es ja den Sommer imitieren soll, ist es halt einfach so gut, du kriegst teilweise gar nicht mal mit, dass du, dass, dass dich da die Tage ändern und so, ne, weil du machst einfach und das ist so vollkommen egal. Ne, ich freu mich da echt drauf. Also, ne, ich kenn, ich kenn das halt schon nur, ne, das ist halt, ähm, ich glaub, das wird, das wird ganz cool. Danach geht's ins Kino. Voller Tag morgen. Sneak Preview, also weiß ich nicht mal, was es zu gucken gibt. Ich habe Angst davor, dass es wahrscheinlich irgend so eine Cheesy-Komödie ist oder so, oder irgendwas ganz, ganz, ganz Schlimmes, was ich so gar nicht gerne gucke. Aber das ist halt, das kommt mit der Preview. Du klingst wie Momo. Hallo, Devo. Hallo. Ich bin Momo. Ich glaub, Devo war letzte Woche nicht da. Oh, cool. Kommt das auch jetzt schon, kriegen wir in EU das auch schon, oder kommt das erst nur in Japan? Ach, du bist es wirklich, ja, ich bin es wirklich, Devo. Ich glaub, Devo war letzte Woche nicht hier und hat mich noch nicht erblondet gesehen. Ich sitz auch in derselben Wohnung wie immer. Mittlerweile sogar mit Lichterkette, die man nicht lief, weil ich so hell gemacht hab. Harvest Momo. Ja, so ungefähr. Von Twitter und Instagram. Ja gut, der Instagrams nutze ich jetzt nicht so häufig. Oh, wow. Ja, ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich sowas machen, aber meine ganzen Haare-Süßchen irgendwie aktuell kaputt. Momo Wittler. Ja. Bin ich doch so oder so? Ich bin gespannt, ob ich es schaffe, morgen meine Haare zu bländigen. Ich weiß noch gar nicht, ob ich morgen meine Haare anstellen soll. Ja, Momo Wittler ist lange her. Ich meine, man kann ja angeblich ein bisschen Teil mit Lumina anwandeln, aber für mich ist sie immer noch ein kleines Kind. Ich finde das nicht, das ist nicht gut. Ah, da muss ich, da muss ich gucken. Ich habe an der Länge nicht, an der Länge ist vielleicht so viel weggekommen. Wir haben wirklich nur die Spitzen unten geschnitten. Das, was den großen Unterschied macht, ist, dass ich jetzt so etwas wie ein Pony habe. Ich hatte schon mindestens zehn Jahre keinen mehr. Oh, Warn kommt, ich bin schon langsam. Mehr Claudia. Ja, genau deswegen. Die wirken halt länger. Wenn ich, wenn ich jetzt dann, also, ne, die wirken auch länger, finde ich das hier vor. Wenn ich das so soft mache, wirken sie halt auch länger. Aber, der, der Pony macht halt echt, ähm, dabei habe ich nicht mal was, also, ich bin halt nur erblondet. Der Rest ist immer noch so wie vorher. Aber durch das Erblonden, ne, ich komme seit ganz viel. Aber ich mache auch immer noch zwischendurch Zöpfchen, dann ist es nicht mehr ganz so, ne, weil, ne, ich, ich mache meine Warnzeit eher messy. Aber, ne, neue Zeiten erfordern, erfordern neue Maßnahmen. Arbeitet in ihrem Sex über, tut sie gar nicht. ich. Hallo? Oh, ich habe Hunger. Verdammt. Hier, komm, nimm diesen Pilz, nimm diesen Pilz und esse ihn. Aktuell stagniert alles nur ein bisschen. Aber Gefühl, also vom Gefühl her ist es halt schon, ach komm, ja, das fällt mir schneller. Ähm, vom Gefühl her schon so ein bisschen. Ja, also, ne, ich hatte eine Bluse gekauft, die war etwas eng, aber irgendwie, ach, ja, Warn, ich weiß, ich bin auch gleich da, um mein ganzes Zeug zu verkaufen. Aber das mache ich ja, ne, das wird im Abnehmen mache ich ja aus gesundheitlichen Gründen, nicht aus irgendwelchen ominösen anderen Gründen. Ne? Warum läuft die Frau in meinen, in meinen Vorgarten? Cool, eigentlich, ich kann gerade noch in meinem Vorgarten reden. Nein, ich muss aus, ich muss halt wirklich aus gesundheitlichen Gründen abnehmen. Ne, Sam, das hat nichts mit Proportionen oder Ähnlichem zu tun, sondern ich muss halt wirklich aus gesundheitlichen Gründen aktuell. Nun, danke schön, liebe. Fühle dich auch geschlischt. Ich bin eins da lassen. Ja, ich weiß. Wow, ich tritt einfach kein Geld mehr hier raus. Das ist so traurig. Was läuft um mich eigentlich herum? Hallo, Willi. Du, läuft bei mir rum, warum seid ihr, f*** und warum ist mein Haus spürt gerade so laut? Und warum höre ich das? Ich muss mich beeilen, das kann ich bei Baden gleich doch nicht mehr verkaufen. Was sind denn so eure Pläne die Woche? Jetzt habe ich so viel von mir erzählt, ne, und nach euch habe ich noch gar nicht gefragt. und nach euch habe ich noch gar nicht gefragt. Ich hab nebenbei vergessen Kuhfutter zu kaufen. Meine Kuhfutterhung mag ich jetzt. Wo ist eigentlich euer neuer Mitbewohner? Willst ihr noch arbeiten? Oh mein Gott, es ist ein Sternchen! Hallo! Hallo! Das klingt doch gut! Das klingt doch gut! Das klingt doch gut! Ever! Wenn das, was du denkst, sofort getippt wird! Also ne, wenn das, wenn das was taugt, könnten wir vielleicht doch nochmal bei einer Subbing-Gruhe nachdenken. Nein, tun wir nicht! Besteh wo! Ich möchte darüber nicht nachdenken, dass sowas in der Theorie funktioniert. Ja, ich will das nicht! Ich glaub, da hört dann auch irgendwann meine Liebe zu Medien auf. Glaub ich dir. Wenn ihr dadurch, also wenn du sagst, ihr könnt dadurch mehr Subben und mehr Subben ist mehr Geld. Äh, oder mehr Timen ist mehr Geld, pardon. Das war gut! Wenn man sich damit 2,50 Euro hinzuverdienen kann, bitte! Ich glaub, der hat eins gehabt, Devo. Ich glaub, Ham hat er das nicht mehr. Wird Hallo geschrieben? Hallo, Kam! Hallo, Kam! Das Schlimme ist, ich land halt einfach gefühlt nur mit so einem Kram in den Quotes, oder? Bin ich wirklich so schlimm? Und wenn ja, muss ich Menschen deswegen vorwarnen. Es geht ja nicht ums Übersetzen. Es geht ja ums Timen. Also, dass die Untertitel stimmen. Okay, alles klar. Dann muss ich damit jetzt leider leben. Hmm... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Aber denk dran, er muss nebenher auch noch telefonieren Und auch wenn er irgendwann mal Zeit hat, auch nochmal etwas davon opfern Im Voice vielleicht Ja gut, aber eine Minute musst du erstmal getimt kriegen, Möb Du schaffst ja nicht, eine Minute in einer Minute zu timen Das funktioniert nicht, glaub mir Ich habe an einem 3 Minuten Video fast 2 Tage gesessen Ja, ich weiß Oh, nicht so negativ Ja, das Problem ist, ne Also wenn du es gut machst, musst du halt schaffen Dass dann, wenn sie aufhört, diesen Satz zu sagen Dass dann dein Timing auch fertig ist Das ist halt nicht leicht Achso, ich habe dich für eine Rumi jetzt Oh, trippy Ich habe dich doch noch gar nicht angesprochen Ich wollte dir doch die Edelsteine schenken Das ist deins Oh Okay Vier Herzchen Vier Herzchen sind gut Vier Herzchen bedeutet, ich kann sie heiraten Oh, Spekulatius Oh, Spekulatius Lecker Uff Ich jetzt immer schaffe, dieses Spiel kaputt zu machen Habe ich eigentlich meine Hau dabei? Äh, nein Keine Hau für die Momo Oh, Kekse Oh, hört auf an so viel tollem Zeug zu reden Einzige, was ich habe, ist Sushi Oh, warte, das habe ich noch nicht morgen Habe ich morgen erst Pass auf und dann gibt es morgen Bilder nur von Gyoza und so ein Kram Weil Momo sich dann wieder denkt So, eigentlich möchte ich Gyoza Ja Bilder sind super Ich bin Samstag arbeiten Also für den Fall, dass ihr mich sucht Ich bin nicht so gegen Mein Gras wächst halt einfach nicht Bab muss verhungern Weil ich auch vergessen habe, was zu essen zu bestellen Also gibt Bab keine Milch Was, Tom? Tom hat Shenmue 3 Der Piep Fügen sie Ne Fügen sie Random Beleidigung hier ein Das Problem ist, ich habe 2 ja immer noch nicht durchgespielt 1 und 2 habe ich auch Das war sehr bedenklich Jedenfalls Teil 1 Spielen Devo Spielen Weil dafür ist dieses Spiel gemacht Sind diese Spiele gemacht worden Ich muss mich daran erinnern, ich müsste irgendwann mal mir die Zeit nehmen Um sie weiter zu spielen Ich weiß zwar nicht, wo ich die noch hernehmen soll Die Zeit Und wir haben selten Streams, die als sehr bedenklich markiert worden sind Meistens sind Chris und ich da involviert Mach mich mal, macht mir das Sorgen Ja, bedenklich Ja, bedenklich Der war schon Ich glaube, ne Von der Bedenke Vom Bedenklichkeitsgrad her War Shenmue schon Uiuiuiui Ne, Chris und Man darf Chris und mich nicht alleine lassen Ne, ähm Scheinbar 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 kann ich das Scheinbar kann ich das Du weißt doch Das Popding und so Das funktioniert halt auch, wenn ich streame und du schreibst Es tut mir leid Es tut mir leid Ich bin vollkommen unschuldig Morgen machen wir das aber bitte nicht Ja, morgen fände ich das doof Nein, nein, nein Ich kann mich da raus Du hast rausgelegt Okay Aber ich fände das morgens trotzdem bedenklich Und noch bedenklicher finde ich ist, dass diese Süßkartoffeln einfach nicht fertig werden Oh, kann ich das abhaken? Vielleicht Hallo, Sichel Sichel? Ich darf immer noch nicht sicheln Das Spiel ist doof Können wir Riser spielen? Also, ne Shenmue ist halt Ich nenne es immer liebevoll Ja, so ein indirekter Vorgänger von Ne Von Yakuza Also, ne Die Spielmechaniker erinnern hinterher schon an Spätere Also an Yakuza später Ne Das gab es nur früher Nein, ich habe ich noch nie Ich glaube, es gibt noch mehr Ich bin, weißt du, so mein inneres Ich denkt sich ja die ganze Zeit, warum spielen wir nicht Risa? Lass uns Risa spielen. Aber das Projekt hat mich leider schon abgegeben. Aber das ist alles voll von A-OK. Ich glaube, ich habe vergessen, meine Kuh reinzulassen. Ob sie wohl erfroren ist? Sehr uncool. Barb? Okay, sie leben aber noch. Und sie schlafen. Seid ihr reif? Oh mein Gott, Geld, wenn ich mich jetzt beeile. Ähm, weiß ich nicht. Ich meine, ich finde es schön, dass ihr mir zuschaut. Das sind Dinge, an die kann ich mich gewöhnen, dass Menschen mir zuschauen. Das ist gekonnt, ne? Darauf erst mal einen Pilz. Ah, verdammt. Aber ich habe zum Ernten zu lange gebraucht. Ja, vor allen Dingen, ne? Ich habe ja die Musik vorher fertig gemacht. Da wusste ich ja noch nichts, ich ernten konnte. Zwei würde ich davon gerne behalten. Also, ne, ich finde, die Mischung ist halt lustig. Da kommt sicher nichts ordentliches bei rum. Ja, das war so klar. Naja, dafür haben wir uns zum allerersten mal was ordentliches gegessen. Oder auch nicht. Was ist denn heute los? Weißt du, sonst, Momo macht Harvest Moon. Überleg letzte Woche ausgiebig eine Dreiviertelstunde lang, ob sie das Projekt abbrechen, also ob sie das Projekt beenden soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Weil nie einer da ist. Und nie einer irgendwie Dinge mit Momo macht. Ich habe hier Spaß. Es wäre doof, wenn ich sie nicht hätte, oder? Ja, aber ich verbringe auch viele Stunden auf der Arbeit, wenn ich da Spaß habe. Nein, nicht abbrechen direkt, sondern als beenden. Entschuldigung? Eigentlich habt ihr den Mist angefangen. Weiß ich nicht, ob wir deswegen da sind. Ich habe eigentlich gehofft, dass ihr wegen mir da seid. Ich war immer da, wo ich sage. Stimmt, nein, war ich jede Woche da. Die meckert auch nicht rum, warum ich nicht Persona 3 mache. Entschuldigung, ein gutes Harvest Moon ist aber noch nicht draußen. Das kommt erst noch, das kommt erst noch, die Neuauflage von Fancy Manoeuvre Town. Und dann gibt es auch gutes Harvest Moon. Ich bringe irgendeine Kuh, wenn die Kuh mir noch Milch gibt. Gibt es denn noch ein gutes Harvest Moon? Oh mein Gott! Essen für meine Tiere. Auf Wohnfactory hätte ich halt voll Bock. Wenn ich wüsste, wie ich das ordentlich... Also, ne, wir müssen da leider über das Goethe-Bot mit E gehen. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich bekomme Vietnam-Flashbacks, warum bekommst du Vietnam-Flashbacks bei der Musik? Ja, aber gut, ne? Multiplayer ist halt immer so eine Sache. Das finde ich für einen Privatstream ganz gut. Achso, wir sind schon bei Idlemaster angekommen. Gut zu wissen. Ich habe halt einfach den Idlemaster 2 Ost reingezogen. Deswegen gab es heute Idlemaster-Musik im Hintergrund. Diese Nacht war drin. Du musstest eigentlich schon lange fertig sein. Ich habe mich vor Wochen abgeerntet. Heute wechselst du ja nichts. Das mag ich an dem Spiel. Nee, ne, das Problem ist, es gibt halt... Ach, geht das automatisch? Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 2, 3, 3, 4, 4, 5. 1, 3, 4, 5. leri enrollt, 5. Einen 3, 4, 5. Und 4, 1, 4. 4, 5. Wenn Tamara es nicht gerade macht. Ich halte nochmal fest. Das hat diesmal der Stream entschieden. Könnte sich. Ohne Probleme. Ich habe es auf dem PC. Aber das Problem ist, das ist vom Titel her halt so an den Freitag gebunden. 3, 4, 5, 6, alle da. Fresst, meine Tierchen, fresst. Oder schlaft. Oder tut beides. Nein. Obwohl, 10, 2 wäre halt auch cool. Das Problem ist halt, dadurch, dass es ein Final Fantasy ist, ist man halt so auf den Freitag gefixiert. Mit dem Spiel. Ne, weil Final Fantasy Montag ist halt kein Final Fantasy Freitag. Der war lieb, Momo. Der war schon lieb. Ja, es gibt ein Quote über dich. Die Befugung, der bin rein. Hallo, Filz. 10, 2 ist auch super. Würde ich auch sofort machen. Ja, ich weiß, dass das System lückenhaft ist. Ne, sonst würden mein Spiel einfach immer nur Momo Montag heißen. Ne, aber vielleicht sollten wir, sollten wir, das Problem ist, damit jetzt zu kommen, die Titel zu resetten, ist halt, glaube ich, echt eine ganz doofe Idee. Man kann da drauf. Hopefully we have a wonderful day. Ja, wenigstens taucht er mal hier auf. Ne, sonst sieht man den ja die ganze Zeit nicht. Es schneit. Habe ich meine Tiere reingeholt? Es schneit nämlich. Oh, mein Waifu müsste bei der Waifu sein. Ganz vorsichtig, sag mal, ganz vorsichtig. Hi, Moffin. Darf ich dir das jetzt schenken? Ich gebe mir, ich bin, glaube ich, die Einzige. Ich will es jetzt mal ausprobieren. Das ist richtig. Maffi, du kriegst... Are you serious? Wie hast du so eine überhaupt bekommen? Sie verkaufen nur Gefakte in der Stadt. Sie sagen, dass sie mit Hintern lieber mögen, als irgendwelchen Designerschmuck. Deswegen möchtest du dich denn mit mir verloben? Das verstehe ich wirklich nicht. Aber ich werde es annehmen. Du hast vielleicht deine ganze Lebenszeit an Glück verloren, Freundchen. Ich habe mich ganz hochoffiziell verlobt. Ihr habt es alle mitgekriegt. Das war wieder die falsche Taste. Das war wieder die falsche Taste. Wir haben die drittschlimmste Entscheidung im Spiel mitgekriegt. Was sind denn die anderen beiden? Wie wir unsere Kuh genannt haben? Und was noch? Dass wir dieses Spiel überhaupt spielen? Barb geht's gut. Barb geht's hervorragend. Aber du weißt jetzt unbedingt, warum ich es Barb nennen wollte, oder? Chris weiß, er kennt nun meine Beziehung zu Barb. Ja, man muss pflanzen. Ich muss jetzt mal die Beziehung zu Barb hoch. Achso. Wenn man das einfach nochmal überbrechen. Äh, äh, ne. Wieso, der arbeitet für mich. So, wie weit bist du eigentlich bei Pandora's Tower? Der beklaut dich ein bisschen. Nein, der beklaut mich nicht. Der ist gruselig. Gruselig ist der. Wie ich, wie ich heulend, heulend auf einem Sofa gelegen habe, weil Dinge passiert sind. Und warum Nancy Wheeler halt einfach, ne, auf einmal nicht mehr so hottest chick ever war. Okay. Ich akzeptiere, ich unterschreibe alles, was du mir gerade sagst. Ich unterschreibe wirklich echt alles, was du gerade sagst. Ich habe sehr gelitten. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen? Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Hasse ich mich dafür, dass ich es getan habe? Ja. Wird sich deswegen was ändern? Ich hoffe auf Staffel 4. Und ich hoffe, dass Robin dann ein Love-Infress kriegt, mit dem wir auch, mit dem ich auch leben kann. Ja. Ich meine, ne, ich habe gar nicht genug Geld. Das ist ungünstig. Wir brauchen langsam nämlich eine Kuh. Ja, ne, ne, ich meine, Robin ist halt, Robin ist halt schon, ne. Würde ich jetzt nicht ablehnen, verhandeln. Es wächst einfach nicht schnell genug. Oh, guck mal, zwei Karotten. Ähm, Fun Fact. Ich höre eure, die Musik kaum, die ihr hört. Also, ich höre sie wirklich kaum. Weil, die läuft über, ne, die läuft halt einfach auf, ne, anders musiktechnisch. Und ich habe keine Kopfhörer auf. Oh, es regnet, jetzt regnet es nicht mehr, jetzt regnet es auf einmal. Schon komisch, dieses Spiel. Wie höre ich ohne Kopfhörer was? Ähm, zum einen liegen die hier, da höre ich den Ingame-Sound drüber. Und, ähm, ich führe, also, ne, ich höre die, die Hintergrundmusik unglaublich leise, weil ich sie wegen dem großen Membran-Mikrofon, äh, ge, ne, runtergepegelt habe, wird, dass ich, äh, dass wir keine Rückkopplung kriegen. Weil die laufen nämlich über meine Boxen. Hi. Darf ich? Ja, sofort. Lass mich. Dig. Dig. Und, äh, ich habe es nicht schnell genug geschafft, ähm, noch passende Musik rauszusuchen. Ach, so komisch ist das, Dani. Und, äh, ich muss aufhören. Ich habe doch gar nichts ausgebuddelt, bis auf den Edelstein. Und fischen, fischen verstehe ich immer noch nicht in dem Spiel. Oh, wow, Stefan. Oh, wow. Ich glaube, den hat dich verdrängt. Und dabei ist der aus diesem Jahr. Traurig. Traurig. Das hast du mir schon erzählt, aber ich bin ja nett. Da gab es ihn noch. Stimmt. Mittlerweile guckt er nicht mal zwischendurch bei uns anderen im Stream vorbei. Ja, aber er könnte ja mal wenigstens bei uns mal vorbeischauen und Hallo sagen. Und sich wieder ins Gedächtnis rufen. Weil nicht mal das macht er. Bedenklich, finde ich das. Sehr bedenklich. 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 Oh, was tust du? Da eine Blumenwiese abfarmen. Sonst habe ich nichts von meinem Leben. Es ist nicht so, dass wir ihn ausgeschlossen haben. Weil, ich glaube, manchmal einfach Stefan mag uns nicht mehr. Aber genau weiß das keiner. Das sind so die Momente, wo er dann auf einmal so pluppt, auf einmal da ist. So, tschadja. Bedenklich. So, tschadja. Das können wir halt rauskriegen. Mmh. sten mal rauskriegen. etwa von unseren Verloben. Sven來自個人. Er hat unsere Verlobten. Mh, amillische Mughästen. this one vrij Ich habe mich gerade wirklich gefragt, ob ich wirklich Mafia heirate. Sehr gut. Ich habe alles richtig gemacht. Sicher ist der Drink jetzt vergiftet. Ich denke mir manchmal auch. Es gibt sicher viele Sachen, die keine Probleme wären, wenn man sie anders kommunizieren würde. Aber abfragen. Ich hoffe, die hat gebraucht. Klopp. Da wird es auch sicher mit rein, es ist noch kalt draußen. Denn nachts ist es kälter als draußen. Klopp. Ich werde mal gucken, wie es wetter wird. Okay, safe. Safe. Der letzte Tag des Herbstes. Der letzte Tag des Herbstes. Bei meiner Haut wegen dieser Kälte voll trocken ist. Entschuldigt. Oh, wir sind etwas erledigt. Na ja, wir haben es ja gleich geschafft. Was? Ich brauche zwischendurch viel Aufmerksamkeit. Aber nur zwischendurch. Ich finde das vollkommen a-okay. Manchmal braucht man halt Aufmerksamkeit. Manchmal braucht man halt Aufmerksamkeit. Das Problem ist, dass es fühlt sich halt so an, wenn du Nein sagst, ist es falsch, wenn du Ja sagst, ist es aber auch falsch. Okay. Das muss ich sonst noch einmal. Was. Du bist ganz mochte. Und du bist immer wieder in der Kälte. Das geht Anzeichen. mein Name ist kalt. Hier ist es genau rein. Das muss man nach unten gehen, aber es wird so lang. Und ich versuche mich. Ich beteche. Ich versuche mich. Ich versuche mich. Ich versuche dich. Mann, was du nicht zu sehen? Ich versuche dich. Also, ich finde den vollkommen legitim. Ich finde diese Aussage vollkommen legitim. Ich finde Lehrfilme teilen das ist das sinnvollste, was man mit seinem Leben anstellen kann, wenn man es kann. Ihr wisst, ihr sagt mir Bescheid, wenn ihr mal einen Tomochim-Streifen geblieben habt. Ich habe für sowas nebenbei nicht viel Geduld. Warte, was? Was, was? Ich sagte gerade, dass es doch was Gutes ist. Ich habe sowas mitgebracht. Ich habe sowas mitgebracht. Ich wüsste gerade nicht, von welchem Insider-Stoff wir geredet haben. Ich habe nur gesagt, sagt mir Bescheid, wenn ihr mal einen Tomochim-Streifen auf dem Schreibtisch habt. Wieso klingt mein Schaf? Äh, was? Seit wann klingt meine Kuh wie eine Katze? Du hast aber eine komische Kuh gehört, Devo. Das Schaf klingt, finde ich, manchmal wie eine Katze. Das macht eigentlich die Musik. Mhm. Okay. Immer noch. Immer noch im Idle-Master-Blog. Total. Ne? Also ich meine, schlimmer als letzte Woche kann es nicht sein, da hatte ich Zelda-Musik im Hintergrund. Und die ganze Zeit, wenn ich irgendwas gemacht habe, kamen dann irgendwelche bösen Dungeon-Themes und so. Möglich. Für mich wäre sogar, wäre sogar durchaus möglich, dass mir das passiert ist. Zelda ist auch super. Aber nur, ne, die Musik war so, also so nicht gut. Dankeschön. Wenn du das nur erwähnt. Dankeschön. Wenn du das nur erwähnt. Hm. Also ich fände das cool. Hat ziemlich jetzt irgendwie ihren Gen-Jahre-Best-auf-Dingstreifen rausgebracht. Boah, nicht allzu langer Zeit. Weil das Cover so hübsch war, die ganze Zeit gedacht hab, eigentlich bräuchte ich das nur fürs Cover. Ja. Ja, ähm, halte ich irgendwie auch noch im Hintergrund. Fun-Age. So, wir müssen auch sechs Samen kaufen, hab ich gehört. Wir brauchen irgendwas, was in den Winter reinwächst. Uh, trippy. Ähm, das ist weiterhin einer der Nachteile, wenn man viel Riser spielt. Weil, ähm, R1 ist in Riser die Rennentaste. Hier nicht. Hier geh ich in die Ego-Perspektive. Das ist eher ungünstig. Ach so, erstmal, ähm, ich hab's glaub ich noch gar nicht gesagt. Hey, wie Glück und schön für, für, für deinen Arbeitsvertrag. Ne? Sondern, ähm, hast du dir schon die Wohnung angeguckt? Wann ist sie frei? Kannst du sie so am besten gestern schon einziehen? Ja, aber das ändert ja trotzdem nichts daran, dass ich dann trotzdem zwischendurch mal, einmal draufdrucken muss. Wollte ich gerade sagen, hast du denn schon die Zusage überhaupt gekriegt, dass du die Wohnung haben darfst? Ist jetzt eng so ein bisschen gebrochen. Ähm, ich hab meine Liste gar nicht auf. Ich muss noch mal hin am Freitag. Ja, aber das klingt doch schon mal sehr, sehr, sehr cool. Ach, ich brauch mal eben das hier. Ich meine Strawberry and Turnip, aber, ähm, man weiß es ja nicht. So, ich will mal irgendwann den Street absetzen, dass ich es doch überlebt habe. Oh, das hat er jetzt ganz genau ausgerechnet, der feine Herr. Kogut.com Kogut.com Ach so, okay. Ein Katzensprung, diese 803 Kilometer. Kogut. Kogut. Trees and Cropes. Bla, 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 bla. Ba, bla, bla. Daly to fall. Fall to spring, okay. Summer to winter. Knapp. Winter to spring. Könnt ihr... Kann ich aber eigentlich erst morgen an seinen... Ja, doch. mit dem Haufen sechs Potatoes. Panda, Tee, hallo, hallo, hallo. Ja, Panda, das kommt. Glaub mir, das kommt. Achtung oder zwanzig. Beides. Pandals beides wahrscheinlich. Oh. Mehr möchte ich noch haben. Come back any time. So. Ich hoffe, dass das wieder, ne? Gerade jetzt so Ernährungsumstellung, ich weiß noch, wie es bei mir da ging. Das war am Anfang ganz, ganz, ganz schrecklich. Ich hoffe, wir müssen gleich mal Kaffee trinken gehen oder so. Ja, und das auch. Es ist halt richtig kalt. Wir müssen mal Kaffee trinken jetzt. Auch, ich bin mal Kaffee trinken. Ich brauche jetzt nicht mal. Wissen. 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 Abend schlaft gut und so. Ich kann sagen, Fun ist halt schon sehr, ich nenne es jetzt mal sehr, sehr höflich. Aber vielleicht will Panda auch einfach nur höflich sein. Ich weiß es gerade nicht. Carnage. Ich meine aber so wie du es geschrieben hast. But I'm not sure. And I don't wanna lie to you. Diese kann da heute höflich sein. Hallo Kuh. Guten Tag. Die geben mir also keine Milch, ich hab schon verstanden. Hallo Hau. Immer noch. Und ich wollte eher freundschaftlich und sehr kastisch sein. Argument. Jetzt hab ich hier was auf dem Arm. Hallo Vogel. Wie war denn sonst so dein Nachmittag? Lieber, lieber Panda. Lieber, lieber Panda. Wie war denn hier? Von Weim. Wie war denn hier? Ich wünsche dir. Wie war denn hier für uns? Hier ist das Interesse. Oh, das ist schon mal falsch. Vielleicht. Also bei mir tut es das nicht. Ich muss halt dazu sagen, mich macht dieses Spiel so mega müde. Das ist schwierig, finde es aktuell länger, als so eine Stunde, zwei zu spielen. Was, ich sag mal so, für ein Projekt auf der Crew nicht unbedingt das optimalste ist. Ja, das ist auch vollkommen okay. Okay. Das ist ja kein Spiel, bei dem man aufpassen muss. Aber wie gesagt, so, aktuell irgendwie, weiß ich auch nicht. Ja, weil mein Erschöpfungszustand ist irgendwann relativ hoch bei diesem Spiel. Aber das ist halt eher ungünstig für den Stream. Deswegen heiraten wir mal viel und riefen dem Sinn dieses Spiel ab. Ja. 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 Da haben die Schnee draußen. Na, Awesome. Ach, dubain, hab ich leider keine Straufe draußen. Na, Henny?! Da liegt Schnee in meinem Vorgarten. Meilein. Warum? Ich dachte mir, ich habe ein Fell einladen. Jetzt erfrieren meine Füße. Achso, man hat nichts erkannt. Moment, ich lade es eben ins Discord hoch. Das kann ich vom Handy aus. Oh, das ist der Rant. Da seht ihr das nicht. Oh, das ist der Rant. Das ist bemerkenswert, Panda, bemerkenswert. Und ich denke mir jetzt halt gerade so... Ich glaube, ich muss eine Thermoleggins anziehen. Ich glaube, sonst wird kalt. Morgen. Momo muss aber morgen raus. Momo muss morgen Dinge... Also, ne? Sushi. Das macht mir nichts aus. Niesel, Regen, Spazieren. Hier, 24-7. Kein Problem. Bei minus 1 Grad nach Hause laufen von der Arbeit. Gar kein Problem. Schnee gibt kalte Füße. Oh, alle sind müde. Guck mal, meine Babys sind alle müde. Also, doch, morgen muss ich gefühlt ganz viel. Morgen möchte ich gefühlt ganz viel. Ich glaube, das trifft es eher. Es wird echt Zeit für eine neue Kuh. Die Kuh lässt langsam nach. Die Kuh lässt. Das muss ich ranhalten, wa? Das muss ich ranhalten, wa? Also, bis zu tausend Weihnachten, äh, ne? Silvester wird schwer langsam. Ja, also, na, muss... Langsam muss ich schon zusehen. Entschuldigung. Entschuldigung. I'm sorry. Oh. Planet of the Giants. Start date. 3, 8, 7, 6, 9, 4. Also, Sternenzeit 3, 8, 7, 6, 9, 4, 2, 8, 6, 1, 1, 5. Unser Raumschiff, das Sternschiff Dental Pride, landete auf einem anderen unbekannten Planeten. Was ist mit diesem Planeten? Hier ist alles so groß. Es ist der Planet der Giganten. Was? Wo ist ich? Äh, wer ist da? Wer ist hier? Oh, ich habe diese... Diese Erntegeister noch nie vorher gesehen. Oh, wer könnte das sein? Wir sind die einzigsten Erntegeister dieses Dorfes. Ich verstehe diesen ganzen Geisterkram nicht, aber du kannst reden. Süß. Warte. Ich habe gehört, mein Hundi möchte in seine Hundehütter. Musik über Lappung. Es ist fast Weihnachten. Wir müssen jetzt auf jeden Fall auf den Kalender gucken, wann Feiertage sind. Ich hoffe, was gibt es in diesem Spiel. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Gurgel. Es ist 82. Ich habe Hunger. Erstmal essen. Okay, am 7. Star Night Festival. Canceled in case of snow. Hallo? Entschuldigt? Ja, das kann Jeffrey sehr gut. It's beginning to look a lot like Christmas. Yes. Yes. Canceled in case of snow. Ich wusste nebenbei nicht, dass Weihnachten wegen Schnee gecancelt wird. Dann frage ich mich, was bei mir da draußen passiert. Vielleicht finde ich was Süßes. Ich hatte mal eine weiße Weihnachtsmütze. Da weiß ich gar nicht, wo die hingekommen ist. Die könnte noch bei meinen Eltern sein. Ansonsten weiß ich noch gar nicht, ob ich zum ersten Advents streame, obwohl es mein freies Wochenende sein müsste. Und, äh, meine ich, ähm, ja, ansonsten kommst du halt drauf an, wann ich, wann ich zu einem Weihnachtsmarkt komme. Und wie ich zu einem Weihnachtsmarkt komme. Geplant ist, wie eigentlich jedes Jahr die letzten Jahre, ich möchte auf jeden Fall zum, äh, Lichterweihnachtsmarkt nach Dortmund. Und sonst mal gucken, was alles so, ne, abwarten. Na, erstmal habe ich noch zwei Wochen Schule, nächsten Monat. Ähm, deswegen, also für den Fall, dass er mich Mittwoch nicht seht. Ich bin zuerst vom Arzt und dann muss ich meine Facharbeit weiterschreiben. Ich bin ja so ein Last-Minute-Mensch. Leider, leider. Manchmal wünschte ich, dem wäre nicht so, aber leider ist dem meistens so. Ich mach mein Kram halt immer viel zu spät. Ich hab gehört, es gibt ein ganz schlechtes Weihnachtsmarkt-Werbebanner. Wenn ich die Zeit hätte, da runterzufahren, würde ich nur allein wegen des schlechten Werbebanners, ne, mal da runterfahren. Um mir anzugucken, ob der Weihnachtsmarkt genauso schlecht ist wie der Werbebanner. Oh, ist das so gemein. Ich muss mal einmal gucken, was Musik wir eigentlich noch haben. Oh, es sind die, es sind die letzten drei Idol-Master-Songs. Also nur so, als allgemeiner Hinweis. Hab ich die Hau dabei? Die Hau... Ne, hab ich nicht. Mist. Atelier ist auch okay, vielleicht. Warum fress der so viel? Hört auf damit zu veressen, hab ich nicht. Oh, ich hab die Hau doch dabei. Ey, die Sichel. Die Hau brauch ich gar nicht. Ich könnte aber jetzt mal meine Kartoffeln ansehen. Oh, ich hab die noch mit dabei. Da. Aber ist es nicht schon irgendwie wie wertbeklärt, dass man sich jetzt schon darüber Gedanken macht, oder was für einen Weihnachtsmarkt angeht. Irgendwie gefühlt war gerade noch Sommer. Und jetzt ist halt einfach schon tiefster, tiefster Wind. Also bei mir jetzt definitiv tiefster, tiefster, tiefster Winter. Weil da draußen liegt Schnee. Die sind auch gut. Die hab ich schon zweimal live gesehen. Sagt das Mädchen, das sonst nur 80er Jahre und Idle Musik hört. Oh, das ist ja nett. Gibt's morgen doch kein Pandora's Tower, oder haben wir uns mit der Uhrzeit vertan? Weil ich mich immer mit drei Stunden eintrage und Tamara eigentlich Frühschicht hat. Und dementsprechend ab 20.15 Uhr schon Tamara gibt. Ach so. Oh, verdammt. Da muss ich diese Promo ganz schnell umbenennen und die muss ich behalten. Criminal Minds Pandora's Tower ist schon neat. Ne, das wäre ein Spiel, also ne, das wäre eine Serie, die würde ich gucken. Ich aktualisiere das mit jedem. Umbenennen. Umbenennen. Montag. Falsch. Okay. JPEG. Warum hab ich jetzt Montag umbenannt? Das ist ja dumm, Momo. Ich muss Dienstag umbenennen, nicht Montag. Guck mal. Na, so gut arbeitet mein Hirn noch mit. Dienstag. Unterstrich. Falsch. Einfach aus Prinzip. Oh, ne, das sind die Aufnahmen. Da finde ich nicht das, was ich suche. 2019. Diese Kalenderwoche. Die Dienstag-Falsch-Day-Pack, wenn überhaupt. Ja, es ist Dienstag-Falsch-Day-Pack. Das sind die Trünstag-Dom-Geschen-Day-Pack. Und das sind die Trünstag-Day-Pack. Die Pizza-Dom-Geschen-Day-Pack. Hä? Bin ich wieder gut? Ich muss doch zu dem noch aufverkauft. Das wird bald. Um Gottes Willen. Diary, nothing. Cropes, nothing. Seeds. Alter, ich spiele dieses Spiel ja jetzt nicht erst seit gestern, aber das wusste ich nicht. Vielleicht spielst du es doch jetzt seit gestern. Aber ich kann nicht verstehen, weil Pinter of the Tower auch so ein langes Spiel ist. Deswegen finde ich Felix mit zwei Stunden immer schwierig, weil du schaffst in der Zeit nicht so viel. Ich glaube, meine Kuh hat Hunger. Ich hoffe, da ist noch was drin. Oh Gott, habe ich ein Glück. Das dürfte das letzte sein. Ich fress mich alles auf einmal auf. Ähm, weil es halt so viel zum Vorlesen ist. Oh, wenn ich mich gerade frage, haben wir das letzte Mal? Ach ja, stimmt. Wie war ich jetzt bei dem Zirkusfall? Ich musste gerade echt kurz einen Moment nachdenken. Das ist so lange her. Hm, voll und ganz verständlich. Oh Gott, es gibt mehr Milch. Es gibt jetzt wenigstens zwei Milch. Das ist schon mal ein Anfang. Oh, ich muss noch die Eier holen. Oh Gott. Ich bin so good. Oh, ich bin so good. Ich finde es interessant, dass ein Teil der Bäume feucht ist und ein anderer Teil nicht. Wir haben es eigentlich geschafft, oh ja, wir haben es aus der Eidlhölle, also was heißt Hölle, wir haben den Eidlmasterblock an Musik überlebt. Was kann das jetzt noch draußen, was habt ihr da draußen fressen? Habt ihr noch, also ich meine, wir haben noch eine Stunde Zeit zu füllen, irgendwas, worüber ihr unbedingt reden müsst. Wenn, dann habt ihr jetzt die einmalige Gelegenheit dazu. Lass mich überlegen. Gut, dann überlegt. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Lassar fast mich. Schaf, ich möchte mit dir reden. Oh, Wolfram ist krank. Man sagt Wolfram nix. Ähm, nein. Also, ich glaube, Tamara hat elf gespielt und noch ein paar andere. Ich habe acht damals gespielt. Ich fand acht damals gut. Ich fand acht damals richtig, richtig cool. Ähm, und seitdem habe ich, glaube ich, nicht einen Dragon... Also, ich bin halt... Ne, ich bin halt Team Builders. Ich liebe Dragon Quest Builders. Dragon Quest Builders ist super. Und Dragon Quest Heroes. Was mich daran erinnert, ich möchte als... Ne, also, das ist schon ein schöner Anfang, aber ich hätte gern mehr Retro. Das ist ein Gentleman. Push, push, okay. Okay. Terranigma ist auch ein richtig cooles Spiel. Das Problem ist, ne, da musst du, da musst du, für Terranigma musst du meines Erachtens nach, ne, musst du, ähm, musst du alle drei Spiele spielen. Ähm, Terranigma alleine, ne, also wenn, dann alles. Ähm, Pong wäre jetzt nicht so meins, da hätte ich, glaube ich, keinen Spaß dran. Terranigma ist super. Ähm, für mich wäre Final Fantasy VI, also, ne, dann mach das doch mal. Ähm, ja, aber ich muss halt immer bedenken, ne, ich hab jetzt eine Zeitspanne bis März nächsten Jahres. Wo ich jetzt bewusst kein Spiel hab, wo ich sag, oh, das muss ich jetzt unbedingt anfangen. Also, mir fällt jetzt kein Spiel ein, was jetzt noch irgendwie die nächsten Wochen kommt. Ähm, bis auf, auf, ne, bis auf die Dask-Reihe. Wo ich sag, so, boah, das müssen wir jetzt unbedingt spielen. Bei Kermit auch so voll auf Retro-Stähnisch, äh, wir reden von ordentlich durchspielen, nicht von Speedrun. Ja, Eskan-Logy. Ich habe, aber mein Handy-Hintergrund ist aktuell Eskan-Logy. Ich mag die beiden sehr gerne. Ähm. Aber, wie gesagt, ne, ich hätte halt, ich hätte halt wieder Bock auf, auf Pixel. Ich hätte halt richtig Bock auf Pixel. Ja, aber dann überspringe ich immer noch alle Story-Elemente. Ja, wie gesagt, also, ne, Pixel wäre halt schon so das, wo ich voll Bock drauf hätte. Ich hätte, ne, ich gebe ganz ehrlich zu, aktuell hätte ich wirklich eher Bock, wirklich auf Retro. Ne, ich weiß nicht, ich habe aktuell wieder so eine, so eine, boah, Retro ist schon cool-Phase. Ähm. Ähm. Deswegen, also, ne, ich hätte schon, schon Bock auf Retro. Und, nein, nicht Minecraft. Ich möchte keine Blöcke durch die Gegend, also, das mache ich so schon regelmäßig genug. Trapi hat wieder ihre rebellische 80er-Jahre. Aber, vielleicht. Vielleicht. Ich bin nicht gerne in die rebellische 80er-Jahre, äh, 80er-Jahre. Oh, so ein Outfit, ne, so ein schönes 80er-Jahre-Outfit, das ich auch im Moment drauf habe. Irgendwann mal. Oh Gott. Das wird nie was werden mit der Kuh. Ja, ich bin halt schon am überlegen, ich meine, ähm, hier, wie heißt das? Ne, die Switch hat ja jetzt schon einiges Cooles. Ja, bitte. Ja, ich möchte das. Ich fühle voll gut. Trollocoster Tycoon ist auch cool. Ich könnte, wir könnten Theme Park spielen. Ich liebe Theme Park. Oder Ja, wir setzen uns hin und spielen die Patricia, den Ersten. Da hätte ich auch voll Bock drauf. Chris und ich setzen uns hin und spielen Glücksrad. Mehrere Runden hintereinander und ich verliere immer. Weil Chris einfach besser ist. The Movies. Ja, so ein gutes Spiel. Ja, und ich freue mich so ganz tierisch. Also, ne, das wird, das wird so das Montag-Projekt. Ich freue mich so was von dermaßen auf Animal Crossing. Ne, dann machen wir immer, ähm, State of the, äh, of the Island jeden Montag oder so. So, da hätte ich voll Bock drauf. Inwiefern jetzt? Hab, Stehnt auch zur Auswahl. Also, ne, ich hab, hab, äh, Grandia auf der Switch. Ich hätte voll Bock auf Breath of Fire 3. Weil ich hatte es nie durchgespielt. Weil ich irgendwann immer eine Stelle hatte, wo ich gehangen bin. Wo ich nicht wusste, was ich tun soll. Ähm, deswegen, ne, das wäre, das wäre auch nochmal so eine voll gute Idee. Obwohl, ich meine, der erste Breath of Fire Teil ist bei der Switch mit dabei, weil, dann könnte man eigentlich damit anfangen. Ja, das ist auch so ein Nachteil. Breath of Fire 3 ist lang. Aber es ist ein Spiel, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und, ne, mit einer, warum ich gesagt habe, also, ne, weil da gibt es ja auch einen Charakter namens Momo. Und den fand ich ganz toll. Wenn ich Zeit und Ausdauer und eine lange genug, eine Wig gehabt hätte, die lange genug gewesen wäre. Ähm, hallo, Malka. Ja, natürlich, ne, Schulden aufbauen ist voll okay. Hallo, Sel. Hab zwölf ich jetzt in der Pedia verewigt. Sehr gut. Gut. Zwölf ich freut, äh, zwölf ich freut, das. Vier habe ich nie gespielt. Ich weiß gar nicht, warum nicht. Ich habe Breath of Fire 4 nie gespielt. Nicht, dass ich mich bewusst dran erinnern könnte. 3 habe ich totgesucht. Das habe ich hinterher für die PSP nochmal gekauft. Ja, das war halt noch so die Zeit, wenn ich mal dran, wenn ich mich mal richtig dran erinnere, dass ich, äh, Skyward Sword nur nicht habe, weil das halt auch noch so ein, so ein, das war irgendwann mal ausverkauft. Könnt ihr euch das vorstellen? Spiele ausverkauft. Sowas kennen wir nicht mehr, seitdem es online gibt. Spiele ausverkauft. 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 Stimmt, Blätterfeier 5 war echt schlecht. Die tiefgängige Stranger Things Eskapade, oh ja, ich fühle mich auch nur teilweise daran schuldig, ein bisschen, Entschuldigung, ich kann auch nichts dafür, dass nichts da ist. Immerhin hast du Fressenkuh. Es wundert mich eigentlich, dass nicht schon wieder irgendwer Persona geschrien hat. Okay, ich glaube, die Crew hatte Hunger. Es ist nichts mehr drin. Was? Persona? Ja, Persona, Dawni. Kennste? Kennste? Was? Ich fütter dich? Since when? Ich rede nicht von 5, ja? Ich rede schon von Shin Megami Tensei Persona oder so. So richtig der Hardcore-Schüssel. Mr. Hattington, guten Abend. Musiküberlappung, ladies and gentlemen. Mittlerweile. Aber das galt ja noch nicht für den ersten Persona-Teil, Dawni. Aber auch erst seit 5. 4 hieß noch Shin Megami Tensei. Oh, ich habe eine Trophäe erhalten. Voll stolz auf mich. Ich habe ein Handy mehr rausnehmen können. Egal. Musik. 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 Oh, Bärg�. ist vollkommen legitim mit oder ohne rechtschreibfehler nehmen wir beides ohne wäre cooler aber mit hätte ich hätte ich jetzt auch genommen das auch her es wird irgendwie gefühlt immer mehr also überlegen wir uns jetzt mal was was retro mäßig ist so was pixel retro mäßig ist was war was wir spielen können das war für vier klingt halt schon sehr gut das auf fire 1 weiß ich besitze ich ja dadurch dass ich switch online habe secret of evermore ist auch cool secret of evermore ist halt auch cool aber ich bin nicht so gut in also ich bin nicht so gut in solchen spielen ja secret of evermore müsste man echt mal machen ich könnte natürlich auch ne wir können natürlich auch trials of mala spielen wäre auch jetzt möglich ich habe die collection das problem ist halt das abgreifen ist halt auch immer so ein problem so was kann ich doch nicht so was soll ich doch eigentlich wissen ich meine an den konsolen sollte es nicht scheitern nur die spiele irgendwie aufzutreiben gut das ist halt ein bisschen geld investieren die menschen kraft habe ich nebenbei sogar eigentlich müssen wir gleich mal die switch durchgucken also ich müsste gleich mal umstecken machen wir noch ein bisschen talg viel passiert hier eh nicht mehr jetzt noch mal ein bisschen buddeln ich mache immer wieder das spiel kaputt und dann gucken wir mal was wir da so haben ich meine ich würde auch immer noch super metroid ausprobieren ich weiß aber dass ich mega schlecht in solchen spielen bin dann doch wenn dann zugucken wenn es dann jahre dauert weil dann damit so zwei linken händen steht dies muss ja auch nett sein chrono trigger dann aber am liebsten die original version aber chrono trigger ist halt auch so lang gefühlt nicht nur gefühlt chrono trigger ist halt auch schon ein recht langes spiel zeitreisethema ist halt auch nett aber was ist das doch das könnte das sein Es gibt halt diese ganzen vielen guten alten RPGs, ne? Ja, das ist ja so. Ja, das ist dann immer blöd, wenn man seine Prioritäten halt dann anders setzt. Ich habe, glaube ich, nie einen Mystery Dungeon durchgespielt. Ich mochte die Pokémon Ranger Reihe. Ich weiß nicht, mit Pokémon Ranger hatte ich echt voll Bock. Also, ne, da hatte ich auch viel Spaß mit, weil das mal so ein anderer Ansatz war. Ja. 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 Du spielst halt ein Pokémon. Und das ist halt schon, ne, das machst du sonst nicht in vielen Spielen. Schwierig, 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 schwierig alles. Ja. 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 Ich könnte mehr sichern. Ja. Das ist aber nix rein. Kommen wir zu dem ermüdenden Teil dieses Spiels, wo nichts passiert. Das ist aber nix rein. Mir fehlen halt einfach genau tausend. Das ist halt nix cool, das ist halt ganz und gar nicht cool. Weil sonst gibt meine Crew irgendwann keine Milch mehr. Wie soll haben wir den Salat? Mh Salat. Krieg ich gleich. Als wenn da jetzt was runterfällt, aber gut zu wissen, dass dieser Baum schon ausgewachsen ist. Und der Baum scheinbar auch. Das ist ja cool. Ich habe jetzt fünf Bäume bei mir stehen. Bäumse. 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 Amen. Jetzt möchte ich Pixel. Am besten schon gestern. Hallo? Mäh, ein kleines volle Schaf. Nein, mein Pferd schläft. Wo ist das? Erntereif? Leicht? Nein. Hm, traurig. Ja? 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 Ja, ich lass dich doch schon wieder holen. Wir fallen in einen traumlosen Schlag. Und wachen viel zu früh auf. Nein, ich noch ein. Ich muss mich nicht in den Kopf aus. Ich habe die Flögel. Ich habe die Flögel. Amen. Nur nicht zu viel gießen, Momo. Nur nicht zu viel gießen. Ja, ich weiß. Ich könnte unsere Kuh schwängern lassen, dann kriegen wir aber jetzt schon keine Milch mehr. Komm, wir machen das jetzt einfach. Ja, das braucht auch irgendwie 30 Tage, bis eine Kuh überhaupt ihr Baby kriegt. Okay. Schwängern wir Barb. Das habe ich jetzt genauso gesagt. Und keiner kann mich aufhalten. Ja, das war's. Untertitelung. BR 2018 Nein, schwängern, nicht schlägern. Hat sie gerade schwängern gesagt? Ja, hat sie. Ach so. Ja, okay. I know, I know what, now I know what you mean. Can't age. Und, ähm, ja. Ich glaube, zu viele Kommata sind nicht so schlimm wie zu wenig Kommata. Und, ähm, ja. Bewusst, glaube ich schon. Ich weiß es aber gerade nicht mehr. Musik Ich stottere. Das ist ja natürlich nicht cool. Aber passiert. Nun mal. Hm, schade. Man kann gar nicht laufen. Ich dachte, man könnte jetzt hier so first person durchsneaken. Das wäre lustig gewesen. Musik Kettchen. 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 Miau. Hier sind große Menschen. Oh. Oh, Manna ist nicht da. Ich wollte dir doch ein Blümchen schenken. Ach, da ist sie. Nun mag mich. Nun mag mich. Also, ich finde es halt trotzdem so unglaublich lustig, wie sie halt im Prinzip unter der Tür, äh, unter der Treppe wohnt. Geben wir ihr das Haus, wo sie wohnt unter der Treppe. Musik Musik Kettchen. Musik Musik Ich finde es halt schön, dass wir jetzt eine Pokémon-Diskussion haben. Wer spielt denn? Schwert und Schild, Schwert oder Schild, Schwert, Schild, Schild, Schwert. Hat es sich schon für irgendwen gelohnt? Ich habe gehört, die ersten Menschen sind schon durch nach 26 Stunden Spielzeit. Kommt erst zu Weihnachten. Hier, hier, ich, ich, ich nicht. Okay, Hilde würde gerne, hat aber keine Switch. Zu Weihnachten finde ich, finde ich auch nett. Also, meines Erachtens hättest du echt so ruhig einen Monat später kommen können. Also, hätte ich jetzt so nichts gegen gehabt. Aber ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß nichts. Also, macht es wirklich irgendwas anders? Ja. Ja, 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 ne? Das wäre halt die Frage, macht das Spiel unbedingt jetzt so etwas anders, wie die anderen Teile? Dass man sagt, oh mein Gott, man muss das jetzt unbedingt haben? Ist die Story so bemerkenswert gut? Gut. Ich bezweifle das ein wenig. Geass, brother. Geass, brother. Mhm, er will es nicht. Gut. Runefactory 5 ist natürlich auch nochmal so ein Argument. Ist heute schon der dritte. Habe ich genug Kram gesammelt? Ich hoffe doch. Wir werden ein bisschen Geld rauskriegen. Komm, bau auf. Danke. Verkaufen. Also ich muss halt dazu sagen, ich finde es ganz cool, dass jetzt so doch, dass sie so einige Spiele halt wieder auflegen. Ich meine, Trails of Mana, hallo. Ja, meine deutsche Version von Secret of Mana 2. Das hätte mir mal einer vor zehn Jahren erzählen müssen. Grandia 1 und 2 und mein inneres kleines Ich denkt sich halt schon die ganze Zeit so, das ist schon geiler Shit. So, das ist schon gut. So, das ist schon gut. Ja, also für mich ganz ehrlich, ich fand ja einige von den Andola-Pokémon schon, wo ich mir gedacht habe, kann man das machen? Schwierig. Schwierig. Also, dass es noch dasselbe Pokémon ist. Aber ich finde, man hätte aus Galar, Ponita auch ein komplett eigenes Pokémon machen können. Es ist Gen 8 und ich bekomme keine neue Evolution. Das macht mich sehr, sehr, das bestürzt mich sehr und macht mich sehr, sehr traurig. Kopfhörer. Ich weiß nicht. Ich finde es halt schwierig, jetzt zu sagen, boah, das ist jetzt der Shit. Ja, genau das. Genau das. Also kreativ ist da nicht mehr viel. Ja, genau das. Ja, gibt es nicht dieses Mauzi-ähnliche, was irgendwie eigentlich voll nicht hübsch ist? Also, ich weiß nicht, ich finde es. Vielleicht liegt es an mir. Aber ich. Ich würde bei mir nicht mal behaupten, dass ich so... Also, ne, Nostalgie-Brille, klar, natürlich. Aber die wurde letztes Jahr erfüllt, die Nostalgie-Rate. Ne, wenn ich nochmal dran erinnere, letztes Jahr gab es halt den Coolen-Chizzle. Ne, ich meine, Let's Go Pikachu und Eevee war halt schon süß. Und das muss man halt dazu sagen, ne, das war mal ein bisschen ein anderer Ansatz. Na, gerade auch, um vielleicht nochmal einsteigern, die Serien näher zu bringen. Ich, ne, man muss sich das Ganze halt mal so vorstellen. Die hauen jedes Jahr ein neues Spiel raus. Wo soll denn da... Ne, also... Und dann nicht so, dass ich sagen kann, so... Es ist dann auf einmal was komplett anderes. Wenn ich jetzt... Also, ne, wir haben ja jetzt das perfekte Gegenbeispiel. Lulua und Ryza folgen direkt aufeinander. Ne, Lulua Teil 20, klar, ist Teil der Arland-Serie, darf man nicht vergessen. Baut dementsprechend storytechnisch auf Arland auf. Ähm, aber... Und er hat dementsprechend auch viele von den Arland, ähm, ne, von den Arland-Ansätzen. Aber Ryza fühlt sich halt so an, als wenn du diese Spielmechanik genommen hättest und sie nochmal vollkommen neu verpackt hättest. Ja gut, Nelke zähle ich aber als Spin-Off. Das zähle ich jetzt nicht als Titel der Main-Serie. Weil das ist ja, ne... Genau, richtig. Ne, und es ist halt... Es ist halt immer was anderes. Ne, aber ich finde halt, halt, ähm... Dass mich zum Beispiel Ryza jetzt gar nicht so unter Druck setzt, so was immer so mein Gedanke jetzt zum Beispiel war, wenn du dir jetzt halt so mal andere Spiele anguckst. Ne, da ist halt... Es macht, es macht richtig, richtig Spaß. Ne, einfach auch nur so, so ein bisschen zu machen. Ne, und das finde ich, hat man bei... Bei Pokémon macht man im Prinzip ja gut, ne. Jetzt ist es für diesen Champions, glaube ich, ein bisschen anders als sonst. Ähm, mein Pferd ist dreckig, verdammt. Ähm, ich habe kein Futter. Das ist nicht gut. Richtig, ja, das auch. Ne? Und man ist nicht namenloser Charakter aus Region A, B, Y, Z, oder so ähnlich. Ich weiß, was ich meine. Ja, und man hat halt, ne, Freunde, die... Also, ne, ne, so der ganze Party ist halt einfach mega liebenswürdig und so. Das finde ich schon schön. Ich finde das so schlimm, dass sich Musik jetzt hier überschneidet. Ich muss mal, ich muss mal nachgucken, da vorne. Aber es ist halt, ne, es ist halt... Ich weiß nicht. Aber... Mein, mein, mein Hype lässt... Vielleicht werde ich auch einfach alt. Das habe ich noch gar nicht gedacht. Vielleicht werde ich einfach alt und deswegen ist der Hype nicht mehr so da. Ich will nicht alt werden. Oh, Poggle. Wie gut, wie das Vieh einfach weiter schläft, obwohl ich es durch die Gegend schleppe. Ich sag das nicht, das war meine Gedanken neulich. Entschuldigung. Ich spreche einfach gar nichts mehr laut aus, was ich denke. Ich könnte damit die Gefühle von Menschen verletzen. Oder ihnen aufzeigen, dass halt Dinge komisch sind. Zur Zeit. So und wie. Einfach nur telepathisch abkopieren. Das können wir leider gut, das ist das Traurige. Wie viele Jahre alt? Naja, Mitte, Ende 30 ist jetzt schon... Also gut, ne, bin ich jetzt nicht, aber 23. War das jetzt ein, war das jetzt ein verstecktes Kompliment? Ne, müssen wir, müssen wir wieder dieses, ne, ratet mal, ratet mal, wie alt ich bin, äh, Spielchen spielen. Da bin ich nicht so gut drin. Nein, also ne, ich rede schon von, von so Ende 30. Das ist, ne, da darf man sich, glaube ich, in einem höheren Alter fühlen. Ne? Du wirst, was ich meine. Aber ansonsten, ich denke mal, ne, dadurch, dass, dass, man irgendwie immer länger arbeiten muss und so und ich glaube, man ist gar nicht, ne, ich fühle mich auf jeden Fall nicht alt. Auch wenn es manchmal so Momente gibt, wo ich dann denke so, ja, ne, vor zehn Jahren hättest du das vielleicht noch gemacht. Obwohl gefühlt bei mir diese Entwicklung irgendwie genau umgekehrt ist. 1,23 ist effektiv eindeutig noch nicht alt. Carnate, ähm, da musst du schon, na, mindestens noch mal eineinhalb Dekaden draufpacken, damit du dich als alt betiteln kannst. Was sagt das Wetter? Schneid immer noch. Verdammt. Nun, was sagen wir dazu? Ähm, ich dachte, wir würden heute mehr schaffen. Ähm, ne, die brauchen immer so, ne, die Dekade braucht immer so zehnmal 365 Tage, bis sie, ne, bis sie existiert. Zwischendurch denkt sie sich auch mal, so zweimal, ich, plus, ne, also, ne, wir nehmen noch mal ein paar Tage mit extra rein. Ist ja nicht eigentlich bald wieder schalt. Ja, nein, wo wir gerade nicht davon reden. Ähm, schwierig alles. Ähm, ich weiß, es ist eigentlich noch ein bisschen früh, aber spannender wird der Abend heute nicht mehr. Leider nein. Nächstes Jahr ist ein Schalt. Ja, Dankeschön wieder. Ähm, spannender wird es heute allerdings nicht mehr, denke ich. Ähm, beim nächsten Mal. Oh, oh mein Gott. Yay. Guck mal, ich könnte, ich könnte mir sogar ein Haarband reinmachen, wenn ich wollte. Hm? Ah. Ja, funktioniert nicht. Muss aber gerade nicht sein. Ähm, das nächste Mal, denke ich mal, werden wir es geschafft haben, dieses Spiel endlich zu beenden. Yes. Ich habe Hoffnung. Ähm, ich, oh Gott. Merkel. Also so endlich, ja, so endlich endlich. Ne? wirklich so endlich endlich, endlich endlich, absolut endlich. Ähm, und dann gucken wir auf jeden Fall mal, was wir dann so spielen werden. Ich bin hier im Rund. Jetzt bin ich verwirrt. Machst du jetzt morgen Yakuza? So, tschön. Machst morgen Yakuza. Richtig. Genau, weil nämlich Frühdienstwoche ist. Morgen gibt es ab 18 Uhr nicht mich. Weswegen wisst ihr? Denn morgen, ne, bin ich halt nicht da. Das kommt ganz selten vor, ich weiß. Was? Ne. Ähm, wie gesagt, ne, morgen, morgen ist die Momo ausgeflogen, äh, Fisch essen. Und Yakuza, hauptsächlich wahrscheinlich Yakuza, weil, das kann Momo immer ganz gut. Nein. Hat sie nicht. Momo geht Fisch essen. Und vorher shoppen. Nicht mehr, nicht weniger. Panna guckt kritisch. Erst shoppen, dann essen, dann Kino. Die Reihenfolge. Das klingt... Nein, das ist kein Date. Ich hab euch auch alle lieb, ich hab euch alle sehr, 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 sehr lieb. Können wir das Thema bitte und das unter der Woche. Ja, unter der Woche. Das ist quasi wie ein Date. Ja, so könnte man das vielleicht ausdrücken. Wir können das Thema gerne im Discord gleich nochmal ein bisschen aufgreifen. und ich würde dann sagen, wo ist das ja so förmlich? Nein, wo ist das gerade sehr unangenehm alles hier? Wie er das immer schafft und so. Morgen dementsprechend dann erst Chris mit Yakuza 4 und danach Tamara mit Root Letter Last Answers. Das Spiel geht gefühlt auch irgendwie nie vorbei. Mich seht ihr dann am Donnerstag wieder mit einem Spiel, das ich euch nicht in die Kamera halten kann, weil ich es physisch nicht besitze. Denn wir machen weiter mit Phoenix Wright und unserem Zirkus und unserem... naja, unserem Zirkusartisten. Magier, Dingster, Boomster, Typie. Ich glaube, das wird ganz lustig. Mehrere. Es ist interessanterweise schon geplant, dass es mehrere sein werden. Weil Mädels brauchen häufiger was zum Anziehen, habe ich gehört. Gott, was ist denn... Warum ist denn so viel los? Nein. Ich bin heute keine Feierabend-Momo, ich bin eine Freihab-Momo. Und das noch morgen und übermorgen. Mittwoch muss ich nur zum Blut abnehmen. Mittwoch muss ich zum Blut abnehmen und meine Facharbeit schreiben und ich wollte eigentlich noch Talk machen, aber ich habe die Switch nicht da. Die Switch liegt gerade im Schlafzimmer. Da liegt sie gut, ich weiß. Weil sonst hätten wir mal durchgehen. Obwohl, ich könnte sie auch... Ach, ist da was? Änder mal auf Just Chatting. Gib mir eine Minute. Dann bin ich gleich hier. Aua! Ich habe mir wehgetan. Ich habe mir die Ich habe mir und ich habe mir Die Ich habe mir , ich habe mir eine Ich habe mir das , Dann suchen wir sie dann da. Jetzt hing halt dieser Tag, Monko. Tag. Ähm, ich könnte mir vorstellen, durchs, durchs Umstecken jetzt, sonst hab ich keine Ahnung, wo das Rauschen herkommt. Vielleicht hab ich auch wieder irgendeinen doofen Filter, der sich irgendwo aktiviert hat. Ne, hab ich nicht. Kein Audiofilter. Okay. Vielleicht gibt das Kabel langsam den Geist auf. Ähm, das musst du leider nicht Chris fragen, sondern Kilion. Ähm, so. Hast du noch Strom? In meinem Bild wahrscheinlich nicht. Ajo? Ajo? Sag mir nicht, ich muss noch. Da sind Vata drin. Das Teil ist seit ewig nicht mehr benutzt. So. Konsole gehen mal einmal öfter an. Manchmal. 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 wenn man, wenn man, wenn man, wenn man halt wirklich nur Just Chatting machen möchte. Haben wir es eigentlich jetzt umgestellt. Ne, steht da jetzt schon, dass wir jetzt Just Chatting machen und uns gucken, was wir denn so als nächstes spielen können. Oh, äh, die Konsole ist schon mal an. Mir fällt grad nichts spannendes ein. Da bin ich sehr beruhigt, dass dir ausnahmsweise mal nichts spannendes einfällt. Obwohl, wir können hier eigentlich als erstes Steam durchgehen. Vielleicht krieg ich bis dahin die Konsole gestartet. Aber ich glaube, ich habe keine vollen Batterien mehr. Also muss ich gleich ein bisschen umswitchen. Oh, das Pad ist an. Oh mein Gott. Gut. Es war zweimal Stuhl-TV zu sehen. Ja. Momo packt hier die Switch aus. Dankeschön. Ähm. Wie machen wir das denn jetzt? Wie machen wir das denn jetzt? Wie machen wir das? Ach, wir machen das jetzt mal. Ich finde, wir benutzen diese Ebene einfach viel zu selten. Ach so. Ich habe nichts geändert. Ein Bildschirmgröße anpassen. Warum zeigt der mir? Ach so. Ich habe das drin. Es ist immer noch ein Tippfehler drin. Das ist das Problem. Kopieren. Feedback. Ich mache das hier so voll on the fly. Und Chris denkt sich hinterher. Oh. Die macht schon dumme Sachen. Auf meinem Stream. Da so. Das ist schon fast Magic. Kommt. Die Ebene habe ich mal eben schnell selbst zusammengebaut. Das ist schon immer schon 4 Stunden Arbeitszeit. Dankeschön. Ah gut. Die Konsole war eh leer. Also ne. Das spiele ich gerade aktiv, wenn ich mal nicht Riser spiele. Wir haben jetzt natürlich echt das große Vorteil, dass wir das da haben. Also hoffe ich jedenfalls. Ich hoffe, ich habe gespeichert. Ich hoffe, ich habe gespeichert. Ich hoffe nebenbei, dass meine Online-Mitgliedschaft noch nicht abgelaufen ist. Was wird er mir jetzt gleich sagen? Ah. Funktioniert noch. Hervorragend. Ich sollte mal nachgucken, wann die abläuft. Ähm. Hier hätten wir natürlich, ne. Breath of Fire 1. Ähm. Ne. Wir könnten natürlich auch ein bisschen Kirby spielen. Weil ich bin so gut in Jump'n'Runs. Weil... Passiert. Wenn nicht... Also viel habe ich nicht gemacht. Das weiß ich. Ne. Wir könnten natürlich auch Puyo Puyo machen. So komplett auf Japanisch. Ja. Wie tue ich jetzt halt alle so... Kann ich das? Und mehr Star Fox. Wie gesagt, ne. Das sind halt alles so... Ich hatte halt nie viele Super Nintendo Spiele. Ich hab... ne. Das da kenne ich. Das da kenne ich. Das da kenne ich. Das da kenne ich. Das habe ich aber noch nie durchgespielt. Aber das hatten wir auf dem Kanal schon zweimal. Super Metroid habe ich wenigstens schon mal angefangen. Das habe ich mir irgendwann mal für die, ähm, Wii Virtual Console geholt. Was mir noch fehlt, ist Super Mario All Stars. Das war so mein Spiel. Ne. Das war so das erste Spiel, was ich hatte. Für... Für den Super Nintendo damals. Oh Gott, jetzt habe ich es aus Versehen gestartet. Nein. Das ist, wenn man die ganze Zeit eine andere Konsole hatte. Was wir natürlich auch haben, wir haben die, die Mana Collection. Ich denke, ich könnte eigentlich mal die Hintergrundmobilik ausmachen. Ne, ist es auch noch nicht. Super Mario All Stars habe ich auch zufälligerweise als Cartridge noch da. Zufällig natürlich nur. Ähm, was wir natürlich auch haben, ist die Collection of Mana. Zeig in den Setzug 1 bis 3. Wobei, 2 kann ich ja ausfallen lassen. 2 haben wir ja schon gespielt. Aber habe ich euch die je gezeigt, die Collection of Mana? Das ist nämlich voll süß, weil man hat auf Y den Musikplayer. Und da kann man halt einfach Musik abspielen. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Voll gut. So toll. Ne, und dann immer natürlich nach, nach Spiele sortiert. Laut. Oh, pardon. Lebt alle wieder wach? Ne, das funktioniert hier auch. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Ich liebe die Psychon-Musik. Das habe ich, ne, ich habe die Spiele nicht angefangen. Da kann ich auf nichts immer freuen. Ne, also Trides of Mana würde mich halt schon interessieren. Vor allen Dingen, weil es halt auch echt, ne, eine deutsche Version ist. Ne, man, ne, es gibt Yoga Flanch und Espanol. Und der ja mich will auch. Oh, es tut mir leid, Panja. Ähm, ich hoffe ja immer noch, dass Froschi irgendwann mal wieder... Dann sehe ich es auch mal. Klar, können wir machen. Ne, ich meine, wir haben viel Auswahl, wenn wir sagen, wir machen Trides of Mana, weil... Also, außer, ne, es gibt wirklich eine komplett deutsche Sprachausgabe, was ich ja schon mal... Ne? Was meint der denn eigentlich mit ZR-Bildschirm weg? Ach so. Uh, das finde ich hübsch. Funktioniert aber, glaube ich, nicht so gut mit dem... Mit... Ich glaube, das müsste besser mit unserem Layout funktionieren. Die Retroversion ist auch hart. Nein, nicht jetzt. Ähm, 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 ich habe Pokémon nicht. Ich will Pokémon auch nicht kaufen. Die hätten wir noch in der... Also, ne, natürlich alles, was, was das Nest bringt mit Switch Online. Und wir hätten natürlich die hier noch. Bing! Das wäre nicht ganz so alt, aber man kann japanisches Audio einstellen. Und die Sprache auf Deutsch oder auf Englisch. Das, ähm, wir denken mal eher bei uns eher an Deutsch. Naja, und ich meine, das ist Herr Grandier. Ist halt auch schon ein gutes Spiel. Ich kenne auch nur den ersten, wenn ich ehrlich bin. Den zweiten nie gespielt. Hab ich sonst noch irgendwas? Wir könnten auch Schokobo Mystery Dungeon spielen, aber das ist halt nicht so. Was haben wir sonst noch? Ne, sonst haben wir nicht mehr viel. Das ist ganz lustig. The World Ends With You ist auch schön. Momo stellt halt wieder fest. Sie hat halt eigentlich gar nicht viel für die Switch. Hm. Könnt ihr auch nochmal. Lost Phone Stories ist echt gut gemacht. Da muss ich dir recht geben. Das ist echt gut gemacht. Wir raiden mal den eShop. Wir haben ja gerade nichts zu tun, oder? Machen wir noch zehn Minuten. Ich bin für Text auf Mandarinen und Audio auf Japanisch. Ich würde gerne Dinge tun. Aber mache ich nicht. Äh, aktuelle Veröffentlichungen. Die ignorieren. Also, ne, ähm. Ähm. Das sieht lustig aus, aber das ist sehr teuer. Aber es steht YY Party da. Das könnte sicher lustig sein. The Unicorn Conference. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Gut. Romancing Saga. Mich würde Saga generell mal interessieren. Ich habe noch nie ein Sagaspiel gespielt. Noch nie. Also, ne. Ne. Wäre nochmal was. Hier, ne. Latent Mystery Journey. Wäre nochmal was für Criminal Minds. Zoom, Zoom. Festival! Nämlich würde halt generell mal... Also, ich habe, ähm... die Fan-Translations von den 3S Remakes... äh... äh... aus. Guck mal, Reiser. Oh, guck mal, noch mehr Reiser. Wenn es nicht so teuer wäre, ladies and gentlemen, wenn es nicht 35 Euro kosten würde, hätte ich das hier geholt. Oh ja, mehr Detectives Spiel. Hallo! Das ist halt einfach das coolste Spiel. Das sind die beiden coolsten Spiele ever. Die hatte ich beide. Das war so das Pflichtspiel, was man damals haben musste. Ich auch noch. Erstmal zur Wunschliste hinzufügen. Und das ist halt voll gut, weil du hast halt nicht nur, du hast halt gesamtliche Versionen mit dabei. Die SNES, also du hast halt irgendwie alle möglichen verschiedenen Versionen von den Spielen mit dabei. Das ist voll gut. Okay, ich rechne es mal in die Inflationsrate in Mark um. Uiuiui. Obwohl, da musst du mal das Ganze so sehen. Zwei Spiele für 70 Mark. Na, hab das damals mal versucht. Also hier klingt gerade alles, wenn wir was Retromäßiges machen, werde ich mir wohl Trials of Mana ein bisschen mehr angucken müssen, sagt Sochan. Nee, Luigi's Mansion ist so gar nicht meins Panda. Hm, muss man auch noch. Ich hab nebenbei die feite Hintergrundmusik angemacht. Ich wollte, wollte das da. Meine Lieben. Wie gesagt, morgen gefühlt, aber auch nur. Morgen dann erstmal der Sochan mit Yakuza und dann ja mal da mit ihr Briefchen. Ich werde jetzt gucken, dass ich was zu stabulieren bekomme und hab noch einen Song für euch, glaube ich. Oh, der ist gut. Oh, Sochan, der ist gut, der nächste. Kein 80er-Jahressong, ist aber trotzdem ein sehr guter Song. Da wirst du mir hoffentlich zustimmen. Auf jeden Fall von einer sehr guten Gruppe. Damit entlasse ich euch jetzt einfach in die Nacht. Schlaft gut. Bis dahin. Hey, nachher. Bye, bye.